Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Blue Beetle ist der neueste Schrei aus dem DCEU. Wir hatten letztes Mal bei The Flash schon Probleme, das zu identifizieren. Wir sind die altbekannten Freunde des Comicfilms und der Comicverfilmungen. Der Timo und die Schlogger ist wieder an meiner Seite. Gott sei Dank. Hi Schlogger. Hurra, schön, dass wir wieder zu einem Comicfilm zusammenfinden. So ist es. Denn Blue Beetle ist einer von gefühlt in diesem Sommer 15 Comicverfilmungen, die wir uns in der Presseverführung vorab ansehen durften. Und jetzt mit euch besprechen bzw. miteinander besprechen. Wir werden es wie immer machen, wenn wir einen kleinen Spoiler-Teil einschieben, nachdem wir unsere jeweiligen Fazits gezogen haben und jetzt erstmal einen spoilerfreien Teil gestalten. Wer also gar nichts zum Film hören will und so ganz, ganz zimperlich ist mit Spoilern, der kann ja jetzt erstmal pausieren und dann ins Kino gehen. Der Film startet am Donnerstag, den 17. August in den deutschen Kinos. Wer mit Spoilern so wenig Probleme hat oder vorab schon ein bisschen was sehen bzw. hören will, der kann gerne an Bord bleiben. Und wenn es dann zum Spoiler-Teil kommt, werden wir nochmal gesondert euch warnen. Schlager, wie war das bei dir? Wir haben uns ja bei The Flash schon unterhalten über das DCEU und haben festgestellt, dass wir so richtig gar nicht durchblicken. Und jetzt haben wir hier sozusagen den Appendix dieses Ganzen. Das sind so die letzten zwei, die noch übrig bleiben. Wir haben noch, wenn es alles normal läuft, im Dezember den zweiten Aquaman vor uns. Und dann ist dieses DCEU, wie es bisher bestand, nämlich ohne James Gunn's großer Beteiligung und großem Zehn-Jahres-Masterplan endlich vorbei. Wie stehst du denn, bist du erleichtert, dass es dann endlich vorbei ist? Ja, also wir hatten es ja bei Flash, wie gesagt, schon davon. Und wir hatten es auch damals schon davon, dass Flash eigentlich ein super Film gewesen wäre, um dem einen Universum ein Ende zu setzen und ein neues einzuleiten, weil es ja auch im Comics so war, dass dadurch ein Reboot passiert ist. Dass aber jetzt seltsamerweise diese zwei, wie du gerade so schön als Appendix bezeichnet hast, diese zwei Filme noch kommen, Blue Beetle und Aquaman, die für ein Multiversum, für dieses Gesamt-Comic-Film-Universum eigentlich dann gar nichts mehr groß beitragen. Also es sind dann wirklich Standalone-Filme, was bei Blue Beetle vielleicht mehr Sinn macht als bei Aquaman. Und darüber kann man sich schon mal Gedanken machen. Also ich habe mich gefreut, noch eine Comic-Verfilmung mir anzusehen. Aber ich bin jetzt auch, also ich bin jetzt bereit für James Gunn. Ich bin richtig neugierig, wie er das hinkriegt. Und Blue Beetle und Aquaman hätte man sich auch schenken können, eigentlich. Ja, ohne das gesehen zu haben, hat man sich das Gefühl. Weil man so, ich werde das Gefühl nicht los, als hätte Warner hier überhaupt keine Ahnung mehr, was sie treiben. und werfen dann einen Film auf uns, von dem wir, wenn ich mich richtig erinnere, so vorab auch wenig mitbekommen haben, außer Trailer natürlich. Aber der kam auf einmal so als Ankündigung und man dachte, aha, was wird das denn? Also Blue Beetle ist natürlich vielen Comic-Fans ein Begriff. Du kanntest Blue Beetle auch vorab als Vorlage? Oder wie war das bei dir? Ja, also ich kannte die Figur, habe tatsächlich keinen Comic gelesen, aber ich kannte ungefähr die Charakteristika der Figur. Also sollen wir da jetzt schon drauf zu sprechen kommen, wie der Charakter Blue Beetle so in den Comics ist? Ja, es gibt ja doch zwischen der hier auf der Leinwand gezeigten Version des Blue Beetle und den Comic-Vorlagen so gewisse Unterschiede. Und ich glaube, dass wir vorab schon mal einmal so ein bisschen die HörerInnen mitnehmen könnten, was so die generellen Unterschiede sind und welchen Blue Beetle wir denn hier eigentlich sehen. Denn es gibt ja, korrigiere mich, wenn es falsch ist, es gibt, glaube ich, drei Reinkarnationen, dieses Blue Beetle, ne? Genau, ich glaube, da bin ich nicht so tief drin, ich glaube, es gab drei oder vier, weil der eine es irgendwie ohne Superkräfte macht, irgendwie sowas genau. Aber der, den wir hier sehen, ist ja der Letzte, der auch in den Comics gerade drin ist, der, oh Gott, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, er wird geschrieben, Jamie. Ja, das ist übrigens etwas, da müsst ihr euch, liebe HörerInnen, im Kino drauf einstellen, wenn ihr den Film in der OV zumindest seht, da ist natürlich durch die mexikanische Herkunft dieses Charakters, ist da schon auch mal der ein oder andere Name drin, der schwierig auszusprechen ist. Jaime Reyes habe ich mir sagen lassen und habe ich auch immer so gehört. Natürlich denkt jeder, weil es J-A-I-M-E geschrieben ist, dass es Jamie ist und Jamie Reyes heißt, aber es ist tatsächlich Jaime Reyes. Und das ist die dritte Reinkarnation dieses Blue Beetle. Die erste, meine ich, ist in den Mystery Man Comics erschienen. Das ist dann Ted Kord gewesen, der von Steve Flittitco ins Leben gerufen wurde. Und ja, Jaime Reyes ist, oder Jaime Reyes ist jetzt die dritte Version. Was ich ganz vergessen habe, ist die erste, die Originalversion. Und das ist, glaube ich, die Version, die ein Archäologe war und diesen Scarabeus, diesen Blue Beetle entdeckt und ja, ihn zur Bekämpfung der Kriminalität einsetzt. Die erste Version hieß, glaube ich, Dan Garrett. Ja. Und das war dann, der zweite war dann der Nachfolger, das war Ted Kord. Der hat dann quasi den Mantel seines Mentoren übernommen. Und ja, dann haben wir jetzt hier, ich glaube, in Infinite Crisis Teil 2 oder 3 ist sie zum ersten Mal aufgetreten, die Figur. Haben wir jetzt die dritte Reinkarnation von Jaime Reyes. Und wir sind jetzt im, ja, hispanisch-mexikanischen Milieu unterwegs, womit wir vielleicht auch eine Erklärung haben, weshalb dieser Film jetzt unbedingt noch in die Kinos gebracht werden musste. Wie ging es denn dir mit dieser, sagen wir mal so, Milieuerfahrung in Blue Beetle? Also genau, wie du schon gesagt hattest, wir haben hier mehr so hispanisch-mexikanische Richtung-Milieu. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es ist ja auch in den Comics so, dass er eine Familie hat, die ihm auch viel Kraft gibt und die ein großer Antrieb für ihn ist. Und das ist ja, also wir haben ja auch diskutiert, ist das die weiße Sicht, die der Film da darstellt oder ist es wirklich so in diesen Milieus? Wir können jetzt nur sprechen, wie der Film es dargestellt hat, dass da ein starker Zusammenhalt in der Familie und in deiner Herzensfamilie ist. Also es muss ja nicht unbedingt Blutfamilie sein. Und so gesehen hat mir das schon sehr gut gefallen. Einfach nicht dieses, das ist einer, der es alleine schaffen muss, sondern er hat aus was Schönem eben der Familie einen guten Motivationsgrund. Ja, das ist wirklich das große Problem für uns, also für mich als weißen Zitzmann, wie man so schön sagen würde. Ich weiß tatsächlich nicht, ob dieser Film, der ja nun von den Cast-Mitgliedern und von den MacherInnen, so wenn man sich bei IMDb die Credits durchliest oder auch nach dem Kino natürlich sitzen bleibt in Erwartung einer Comic-Verfilmung, dann hat man zumindest das Gefühl, dass da sämtliche Beteiligten zumindest einen südamerikanischen Einfluss haben. Der Regisseur Angel Manuel Soto ist, glaube ich, Poetorikaner, wenn ich das richtig weiß. Und sein Hauptdarsteller, Xulo Mario Mariduena, der ist tatsächlich Mexikaner. Dann haben wir aus dem, beziehungsweise war er deshalb, glaube ich, in Los Angeles geboren. Also das ist dann auch so ein bunter Mix. Seine weibliche, das darf man so, glaube ich, sogar Love Interest sagen, Bruna Marquiseñe, die ist Brasilianerin. Das kommt, glaube ich, auch im Film so ein bisschen raus. Und dann haben wir im weiteren Cast, finde ich, ein klassisches Gesicht. Und ich habe mich einerseits sogar ein bisschen gefreut, sie wieder zu sehen, andererseits gefragt, was sie wohl in diesem Film treibt. Nämlich Susan Sarandon, die dann da auf der Bildfläche erscheint. Ich fand es wirklich schwierig, weil so diese Milieustudie hat mich tatsächlich am meisten am Anfang interessiert. Aber wie das so ist bei so einer Comic-Verfilmung, das ist halt keine tiefgreifende, dramatische, gut ausgearbeitete Milieustudie, sondern es ist schon eher so, dass man so ein paar Brocken hinwirft und dann sagt man den Zuschauern so, und jetzt müsst ihr damit ein bisschen was anfangen. Oder sehe ich das jetzt ganz falsch? Wie war es bei dir? Hast du das so empfunden wie ich? Oder ist das eher so, dass du denkst, nö, das war schon von der Tiefe her in Ordnung für eine, sagen wir mal so klassische Origin-Story? Ja, also da können wir ja gleich auf einen großen Kritikpunkt kommen. Ich fand das, wie du gerade gesagt hast, für eine Origin-Story von der Tiefe her schon okay. Aber der bringt irgendwie so viele, also Ansatz erstes wirkt es okay. Aber dann kommen ganz viele Sachen rein und dann zerfasert der Film so in ganz viele Richtungen, auch in der Tonalität, sodass dieser Ansatz, der dann da war, wir steigen jetzt in dieses Milieu ein und in die Origin-Story eben, dass der sich dann verliert in irgendeinem Brei aus anderen Sachen. Es wird ganz viel dir einfach hingeworfen, so, ja, das muss man jetzt machen, das muss man jetzt machen, keine Ahnung. Und dann verliert sich das alles. So habe ich das empfunden zumindest. Ja, es ging mir tatsächlich ähnlich. Also wir standen nach der Vorstellung auch noch zusammen und haben so ein bisschen gedacht, so, das ist eigentlich eine klassische Origin-Story. Ich hatte definitiv, bevor wir gleich auf die Synopsis eingehen, definitiv so das Gefühl, ich hätte jetzt Mexican Iron Man gesehen und gleichzeitig denkt man natürlich, okay, Iron Man ist jetzt aber auch ganz 15 Jahre her. Das heißt, man kennt diese Art des Story-Aufbaus auch schon und hat sich das zum x-ten Mal angeschaut. Also der Film hat, wenn man es positiv drehen will, hat einen Oldschool-Vibe drin, wenn man es ins Negative drehen will und das Gefühl gibt einem der Film dann irgendwie doch auch schon an der einen oder anderen Stelle, dann ist der Film einfach echt altbacken von seinem Storytelling her und von seinen Story-Elementen her. Ja, genau. Und was diverse andere Story-Verwirrung angeht, da können wir vielleicht noch im Laufe des Casts im, sogar nicht Spoiler, aber auch im Spoiler-Teil nochmal ein bisschen tiefer eingehen, was für ein Gefühl wir danach hatten. So wie du es sagst, also der Film wirkt so, als wäre die Story vor 15 Jahren geschrieben worden, wo es teilweise bestimmte Sachen egal waren, dass man die irgendwie belegt mit einem Gewicht. Und dieses Mexican Iron Man, das liegt ja nicht nur an dem Storytelling, sondern dass sie die Figur auch visuell so erzählt haben. Also der Anzug sah halt einfach so aus und wurde so gezeigt, auch aus der Sicht, wie es bei Iron Man war. Das fand ich auch ein bisschen irritierend. Da möchte ich kurz den kleinen Einschub machen zu wie die Figur Blue Beetle denn in den Comics zumindest ist. Also es ist ja so, von einer meiner Comic-Quellen habe ich mir sagen lassen, dass Blue Beetle, also Kaji da, so nennt er sich ja selbst, hießt sich selbst, wie auch immer. Im Film wird es ja von einer Frau gesprochen, von Becky G, glaube ich. Und das soll quasi der sympathische Venom sein. Also es ist ja eine Art Symbiont aus dem Weltall, zumindest in der Jaime Reyes-Version, die sich dann eben mit dem Host verbindet und da den auch übernehmen kann. Und da haben wir eben diesen Anzug, der ihn dann so überschleimt oder über Nanobot oder was auch immer das, wie eben bei Iron Man. Und in den Comics ist es dann aber so, dass Blue Beetle eigentlich eine Mischung ist aus Spider-Man und Green Lantern. Also er ist ein bisschen jünger, er ist vom Humor her total leicht und witzig, so wie Spider-Man eben ist und kann sich aber alles, was er sich vorstellt, darstellen lassen, wie bei Green Lantern. Daher kommt die Mischung her. Und diesen Aspekt, diese zwei Sachen, wie die jetzt im Film dargestellt werden, da können wir dann gleich drauf eingehen. Nur so nochmal als Einleitung, dass Blue Beetle eigentlich ein Green Lantern mit Spider-Humor ist. Ja, man wird das Gefühl nicht los, als hätte man hier wirklich so einen Helden-Melange kreiert oder so einen Cocktail an verschiedenen Bestandteilen. Wir nehmen mal ein bisschen Iron Man, wir nehmen mal ein bisschen die von dir angesprochenen Spider-Man und ein bisschen, ja, was alles so an Superkräfte auch da ist. Green Lantern ist sicherlich auch dabei. Ja, aber Green Lantern ist ja so wichtig, weil er kann sich ja das, was er sich vorstellt, manifestieren sozusagen. Genau. Und manifestieren ist ein gutes Stichwort, um eine Überleitung aus der Hölle zu schaffen, denn es manifestiert sich vor unseren Augen eine Story, die wirklich, ja, aus der, ich habe böse nach dem Kino gesagt, Chad GBT hat diesen Film geschrieben, denn es geht wirklich sehr random um einen mexikanischen, ja, frischen Absolventen der Universität, der zurückkehrt in seine Heimat, der gute Jaime Reyes, der also jetzt als derjenige, als älterer Bruder oder als älteres Geschwisterkind von seinen Eltern quasi zum Studium in die Staaten geschickt wurde und dann zurückkehrt und sich auf Jobsuche befindet. Die Familie hat so den, wie ich finde, üblichen Milieustruggle. Da gibt es Geldprobleme, weil die Geschäfte nicht gut laufen und so das Thema Gentrifizierung auch so ein bisschen angeschnitten wird. Und ja, daraufhin begibt es sich, dass der gute Jaime mit seiner Schwester einen Hilfsjob hat und bei einer Reinigungsfirma arbeitet und bei dieser Reinigung eines Hauses auf die, ja, von Susan Sarandon verkörperte Victoria Court trifft und dort sich dann für die kleine und sehr, sehr nett aussehende Jenny, und klein meine ich nicht böse, Jenny Court, da wirft er sich so ein bisschen vor den Bus für sie und versucht sie zu verteidigen, woraufhin die beiden ihren Job verlieren und die gute Jenny ihm dann doch sagt, er solle doch bitte mal in das Court-Hauptquartier kommen, denn Court ist so am Ort, der lustig als Reimspiel, der Wirtschaftszweig und das ist eine große Tech-Firma und da steckt ganz, ganz viel drin und die, ja, unklare Situation, wenn nun das Zepter in der Hand führt, ob das die Victoria Court ist oder die Jenny Court, das spielt so ein bisschen den Film mit rein. Oh ja, und die gute Jenny versucht daraufhin diese Technologie, die sich die Victoria Court zunutze machen will, nämlich die Technologie dieses titelgebenden Blue Beetle, versucht sie zu eigen zu machen und Jenny versucht das zu verhindern, lernt natürlich bei dieser Gelegenheit den guten Jaime kennen und versorgt ihn mit den Blue Beetle, der soll ihn verstecken, nichts damit tun und, ja, wie das so ist in solchen Origin-Filmen, natürlich hält er sich nicht an die Regel und so wird er dann von diesem Blue Beetle quasi, ja, angefallen und bekommt die Superkräfte, die wir aus den Comics so in Teilen zumindest kennen und der Rest, sagen wir es ohne Spoiler, aber es ist eigentlich schon ein Spoiler, der Rest verläuft eigentlich ziemlich nach Schema F, so wie wir es aus Comic-Verfilmungen kennen. Das so für die Synopsis zu Blue Beetle. Ja, Dreh- und Angepunkt ist der titelgebende Blue Beetle oder Jaime Reyes, wie ging es dir denn mit dieser Hauptfigur, die dieser, ich kannte ihn vorher gar nicht, dieser Xolo, Mariduena, wie fandst du seine Darstellung? Ich kannte ihn auch nicht, ich fand ihn als Hauptdarsteller sehr sympathisch, also er hat, er wirkt gut, er kommt auf der Leinwand gut rüber, er war halt relativ platt geschrieben, aber da kann er ja als Schauspiel nichts rüber, ich fand aber, er ist ein guter, guter Protagonist, oder wie hast du das empfunden? Ja, also ich hatte so leichte, er sieht so ein bisschen aus in vielen Szenen, wie Reraj aus The Big Bang Theory, falls ihr das kennt. Naja, okay. Was ich mal ganz angenehm finde, ist, er soll einen 22-Jährigen spielen und er ist auch tatsächlich selber, auch wenn er deutlich älter aussieht, er ist tatsächlich 22, also mal nicht dieses gängige Hollywood-Klischee, dass so aller Dawson's Creek die 16-Jährigen von irgendwelchen 25-Jährigen gespielt werden, oder Beverly Hills, das fand ich schon ganz angenehm. Ansonsten ist das irgendwie ja so ein Sympathieträger, also der sieht gut aus, wie ich finde, der hat eine tolle Frisur, in Anführungsstrichen, also wirkt er so auf der Oberfläche wirklich wie so ein likable Guy, aber der ist halt wirklich, das Stichwort Oberfläche, der ist halt wirklich sehr, sehr flach gezeichnet, da ist gar nicht so viel Story, was so ihn angeht, was viel mehr so reingesneakt wird, und das ist lustigerweise in beiden Fällen, auch bei der guten Jenny Court so, ist, dass die Verwandten, und im Falle von Jenny ist das ein bisschen schwierig, immer nicht Spoiler-Teil zu sagen, aber bei Jaime ist es so, finde ich, dass die Familie und deren Geschichte fast ein bisschen mehr Fleisch bekommt, als der Rest, als die Hauptfiguren, und das fand ich jetzt auf der, in Sachen Story ein bisschen schwach, und gleichzeitig fand ich sehr interessant, weil diese Familie, immer wenn die auf die Bildfläche kam, war ich ein bisschen mehr hooked, als diesen Superhelden-Plot, den ich mir da, oder der mir da erzählt werden sollte. Wie war das bei dir? Ja, also da kommt wieder diese, diese Zerfaserung, und für mich auch irgendwie ein schlechtes Storytelling mit rein. Also, ich fand die Familie, Teil, ich fand, dass es die Familie gab, und diesen Aspekt finde ich total toll, und auch, da sind nette Charaktere drin, wo ich mich gefreut habe, dass die dann auch dabei sind, aber es gab auch Teile dieser Familie, die mich extrem genervt haben, und die auch ziemlich nervig geschrieben waren, und unlogisch, und da sprechen wir im Spoiler-Teil dann auch mal drüber. Und allein wie dieser, dass du meinst, dass der Superheldenanteil dich nicht so interessiert hat, ich fand, der war auch echt nicht gut erzählt. Also das, es ist, wir verfolgen ihn nicht richtig, er wird uns nicht richtig vorgestellt, wir werden da einfach reingeschmissen, da, das hat mir, da werde ich auch im Spoiler-Teil was anmerken, merkt euch das alles hier, wo ich kleine Nadeln reinsetze, und da, also es war diese Mischung aus, der eine Teil war nicht gut genug erzählt, und beim anderen Teil waren mir Teile zu nervig, und deswegen kann ich dann Aussagen nicht zu 100 Prozent unterschreiben, mir hat eigentlich beides nicht so ganz gut. Der deutsche Ausspruch, es ist weder Fisch noch Fleisch, man hat das Gefühl, die MacherInnen wissen nicht so genau, was sie da jetzt machen wollen, wollen sie quasi so eine, ja, doch eher breitere, aufgestellte Geschichte erzählen, indem es wirklich so um soziale Ungleichheit, und das alte, wirklich uralte Thema, reich und arm, und dann das doch relativ moderne Thema, Candyman, das Remake hat das ja sehr, sehr schön, wie ich finde, bebildert, Gentrifizierung, das wird so angerissen, aber dann auch mit sehr, sehr Plattitüden über eine Figur transportiert, die ich dann wirklich sehr, sehr nervig fand, und die dann am Ende des Tages, ja, so Dinge tun muss, das Drehbuch sagt quasi in dem Moment so, diese Figur und diese Person kann jetzt das, und dies und jenes, und das müsst ihr jetzt akzeptieren, und damit hatte ich so ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten, ich bin nicht ganz so hart, was das Urteil angeht, so ich glaube, ich bin in den Tagen, die jetzt schon die Sichtung her ist, also wir nehmen einen Tag nach der Pressevorführung auf, vielleicht hat es mich ein bisschen milde gestimmt, oder ich bin milde gestimmt, weil ich das jetzt in einigen Passagen doch ganz, ganz charmant fand, wie so die Familie gezeichnet wird, vor allen Dingen der Vater, der kriegt noch ein bisschen mehr Fleisch, finde ich, die Schwester bekommt relativ viel Fleisch, die Mutter ist so ein bisschen da, und dann haben wir natürlich auch, wie es sich für eine mexikanische Großfamilie anscheinend gehört, ich sag wieder, also oder wir haben es beide schon gesagt, das ist halt wahrscheinlich die Klischeebox, in die die MacherInnen greifen, aber sie sind halt alle auch aus dem südamerikanischen, lateinamerikanischen Raum, sodass ich irgendwie davon ausgehe, dass das vielleicht schon so dazu gehört, da ist natürlich auch eine Großmutter dabei. Hattest du da auch so Encanto-Vibes wie ich, wenn du die gesehen hast, oder so Coco-Vibes? Ja, ich hatte auch Encanto-Vibes, weil man ja auch einmal eine Situation hat, wo das Haus dann so Risse bekommt, da dachte ich, ah, schön, das könnte man gut zusammenschneiden. Ja, ich weiß, also ich habe im Abspann auch gesehen, da sind so Covid-Compliance-Leute dabei, das heißt, der Film muss ja auch in der Covid-19-Phase oder Corona-Phase entstanden sein, sodass das ja auch dann, man durchaus ja auch unterstellen konnte, dass die MacherInnen zumindest diese bekannteren Vorlagen kennen könnten. Was du gerade angesprochen hast, das wollte ich ins Spoiler-Bereich schieben, aber so wie du es formuliert hast, kann man es auch jetzt schon sagen, nämlich dieses, die Story ist so ein bisschen, es ist nicht das, was ich mit Zerfasern meine, eben auch unlogisch. Also es passieren einfach Dinge, weil die Story gerade braucht, dass das jetzt passiert. Da kann ein Charakter einfach irgendwas, es ist völlig gar nicht erklärt, warum, aber das ist dann einfach in der Story wichtig, dann kann ein Charakter irgendwas plötzlich nicht mehr, kann es aber zwei Minuten dann später doch, und ein Charakter erkennt irgendwas. Also es ist einfach, man hat sich richtig ein bisschen verarscht gefühlt und das meine ich auch, dass mit diesem 15 Jahre alten Gefühl, als wäre es ganz alt her, als wäre das Drehbuch von schon vor so langer Zeit geschrieben worden, weil man da vielleicht nicht so ganz so viel Wert drauf gelegt hat, ist einfach dieses, oh jetzt ist mal das wichtig, okay jetzt mal das und das hat sich echt ziemlich schlimm angefühlt als Zuschauer. Ja lustigerweise ist in solchen Momenten ja immer der, von mir zumindest der Reflex, okay, wie viele haben denn daran geschrieben? Also ist da so ein Writers Room da am Gange oder ist das irgendwie, sind das so SerienschreiberInnen, die dann einfach sonst solche Sachen andeuten können und auswalzen können? Nee, es ist tatsächlich ein Autor und der durfte sich hier versuchen, der vorher, ja auch eher unbekanntere Produktionen gestaltet hat, das ist der gute Gareth Dunnit oder Dunnit Alkohyxer, das ist also auch wieder, wenn es so die Nase, wer da die IMDB durchscrollt, der wird sehen, da gibt es jetzt nicht so viele Infos und Background, was diesen guten Schreiberling angeht, das steht halt Blue Beetle mittlerweile in der Vita und ansonsten gibt es auch gar keine persönlichen Daten. Ich bin da voll bei dir, also dieses Drehbuch ist wirklich, entweder man könnte sagen, Chad GBT hat es geschrieben oder ich hatte echt so Vor-Nolan-Dark-Night-Trilogie-Vibes, was so DC-Films angeht, das heißt so, die guten Joe, die guten in Anführungsstrichen, ich mag zumindest Batman Forever, aber bei Batman Robin ist auch meine Toleranz, sag mal so, begrenzt, wenn ich dir nicht in der OV schaue und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freesty, aber ich hatte totale Vibes so aus diesen 90er-Comic-Verfilmungs-, aus diesem Lager, was DC damals einfach ja so quasi noch als der Player auf dem, zumindest auf dem Filmsektor, da war Marvel ja noch gar nicht so richtig auf dem Tableau. Diese Vibes hatte ich, also so als wenn der Film so in den 90ern spielen würde oder als es in den 90ern kommen würde. Weil ich dachte die ganze Zeit, oh, ein Pluspunkt, wenn man das so möchte, ist, dass der Film, wenn man es nicht wüsste, nicht wie ein DC-Film wirkt. Aber jetzt, wo du sagst, er wirkt nicht wie ein moderner DC-Film, also er ist nicht dark und gritty, aber er ist, was man, und Flash ist ja auch schon eher humoristischer, aber der Film wirkt wie ganz anders, also der ist wirklich so, das ist, finde ich, eine sehr gute Beschreibung. Es ist halt ein sehr kurzwelliger, teilweise sehr nicht denkender Superheldenfilm, was ja vielleicht auch nicht, also sein Publikum dann haben kann. Ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt auch nicht so tief im mexikanischen Kino drin, sodass man also sagen könnte, das ist so typisch, aber es gibt durchaus Charaktermomente und Entwicklungen, die sind sogar ganz interessant, nur ist das so, man hat so, ich habe zumindest so manchmal das Gefühl, es versucht so ein bisschen zu sein, wie RRR, dieser Rise, Revolt, Revolution heißt es, glaube ich, also dieser Drei-Stunden-Indien-Blockbuster, den man bei Netflix gucken kann. Der steht noch auf meiner Liste, aber der soll ja sehr gut sein. Ja, den kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, nur hat der natürlich auch, also der zerfasert ja auch in diversen Momenten, aber der macht das dann auch 20, 30 Minuten, während das dann Blue Beetle eineinhalb bis zwei Minuten macht, wenn es dann hochkommt. Und dann denkt man, dachte ich zumindest so, Mensch, also wenn ihr dann völlig, in Anführungsstrichen, Gaga oder Banane gehen wollt, dann macht das doch wirklich, also so, dass ihr auch den Arsch in der Hose habt und macht das dann einfach zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Der Film hat schon seine gewisse Länge mit über zwei Stunden, ich glaube 127 Minuten waren es am Ende auf dem Tacho. Das ist schon kein kurzer Film, es ist ein kurzweiliger Film, der, weiß ich, wie es dir ging, also Langeweile kam jetzt eher selten auf, was zumindest auch bei mir an diesem totalen, sag ich schon, an dem tonalen Remix lag. Also weil es wirklich eine Szene lustig gemeint ist, sagen wir es mal so, die nächste Szene ist dann sehr dramatisch, sehr, sehr melodramatisch teilweise sogar, so dass man auch wirklich, ja, da sollen quasi alle Knöpfe gedrückt werden und dann wechselt der Ton schon wieder und gibt es ein bisschen Action. Apropos, wie fandst du denn so die Schauwerte und die Action, wie war die für dich so inszeniert? Die ist mir jetzt nicht überratend negativ aufgefallen, aber auch, und so, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nichts zu meckern, ich habe nichts zu loben. Ich kann mir ja keine einzige, doch gelogen, an zwei Szenen kann ich mich erinnern, die ich relativ schön fand, zumindest so was, so das Design anging, das waren die jeweiligen Transformationen, nämlich einmal die Transformationen, die wir aus Spoilergründen vielleicht später nennen können und die zweite, das war chronologisch aber die erste, ist, wenn Jaime zum allerersten Mal zum Blue Beetle, ja, ich würde sagen mutiert. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Da gibt es so leichte, bis größere Venom und Spider-Man Teil 3 Vibes, also den Sam Raimi Spider-Man Teil 3 und da war ich angenehm überrascht, weil die Effekte waren okay für meine Augen, ich merke ja schon. Ja, so schlecht waren sie nicht. Nee, muss ich auch sagen, also ich habe jetzt ja The Flash, ich habe unseren Cast noch mal gehört und habe den Film noch ein zweites Mal gesehen, weil ich auch dachte, war ich da irgendwie zu nett, was das CGI angeht. Ja, ich war es wohl doch ein bisschen, weil auf einem heimischen Fernseher doch die Effekte dann ein bisschen, ein bisschen sehr schlecht aussehen. Aber im Gegensatz zu vielen hat mich das bei The Flash nicht rausgerissen. Also Flash hat ja wirklich Sequenzen, wo ich denke, die haben es absolut nicht schlecht gemacht. Und The Beatles ist mir, wie gesagt, nicht aufgefallen. Also es ist wirklich gut und diese Transformationsszene, von der du sprichst, die fand ich auch überraschend derb dargestellt. Also es war, wenn du da eine andere Musik drunter legst, könnte das auch fast gruselig sein, was man da sieht. Aber es ist vielleicht eine kleine Anspielung auf Venom, kann ja sein. Ja, also man merkt schon so, gerade in diesen Szenen ist so das PG-13-Rating, also bei uns wird das eine Frage ab zwölf sein. Das ist schon okay. Das sind jetzt keine großen blutigen Schauwerte, aber es ist schon so, dass es ein bisschen creepy sein kann für diejenigen, die es so gar nicht kennen. Ja, aber es würde die ganze Zeit, die lachen ja alle, nee, sie lachen nicht alle, aber es ist auf jeden Fall lockere Musik im Hintergrund, sodass klar ist, da passiert jetzt nicht wirklich was. Nee, genau. Und dann wieder, wir sind darauf schon mal eingegangen, der Ton ist dann wirklich so manchmal diffus, dass ich, aber man merkt so, im Grunde soll es ein etwas leichterer Film sein, ja, wo wir auch so ein bisschen zum Leichten, also ich fand den halt, ich fand den halt sehr banal und sehr belanglos, muss ich sagen, weil ich am Ende auch des Tages Susan Srenn als Bösewicht nicht so richtig ihr es abkaufen konnte. Wie ging es bei dir? Ach, das fand ich okay. Die habe ich einfach, ich habe nichts über sie nachgedacht und habe sie dann einfach angenommen. Ja, sie hat, sie hat eine undankbare Rolle, finde ich, was das Drehbuch angeht. Ja, es ist halt, es ist alles langweilig. Also es ist alles ein bisschen plätschernd. Ja. Das ist halt ein Klischee-Villain. Ja, sie darf dann auch tatsächlich so klischeehaft manchmal so Expositions-Talk machen, wenn sie dann so ein paar Sachen nochmal so überdeutlich darstellt, die jetzt passieren werden und was sie vorhat. Sie hat dann einen, wie ich finde, zumindest mit Raul Max Trujillo von ihm gespielten, ja, Henchman, der glaube ich Conrad heißt, der ist dann mir zumindest in Erinnerung geblieben, weil der mit einer fiesen Narbe auftritt, also quasi so eine Art Bond-Bösewicht-Vibes dann auch hat. Den mochte ich ganz gerne, wenn der so auf der Bildfläche erschien, fand ich, der war zumindest zum Gruseln so ein bisschen und so ein bisschen, dass man auch vor dem Angst haben könnte. Wie war das bei dir? Ja, den mochte ich, ich mochte den irgendwie nicht so gerne. Ich mochte ihn mehr, je länger der Film ging, weil er auch ein bisschen Fleisch bekommt sozusagen. Optisch musste ich mich erst dran gewöhnen. Ich möchte aber auch noch hier den Javier, Javier Guillen, wenn man ihn so ausspricht, der aus What We Do In The Shadows als Guillermo bekannt ist. Da habe ich mich gefreut, den da zu sehen, auch wenn er im Film völlig verheizt wird. Aber es war ganz schön, dieses Gesicht da zu sehen. Ja, also der Film versucht, auch an der Figur, der einen Doktor spielt, der Film versucht, so ein paar Running Gags zu produzieren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, wenn man sich einen Running Gag hinbaut, dann muss man so ein bisschen den Aufbau beachten, das nicht so einem um die Ohren schmeißen. Und das, ja, tut der Film noch an der einen oder anderen Stelle. Unter anderem dieser Figur, die dann einen Namen bekommt von der Bösewichtin Victoria, der dann aber gar nicht sein Name ist. Und am Ende haben wir dann großen, oder sollen wir zumindest so einen großen Payoff da kriegen, der für mich nicht so richtig funktioniert hat. Ja, dann lass uns doch mal zum Fazit und dann zum kleinen, nicht zu langen Spoiler-Teil springen, damit wir das alles kurz genau besprechen können. Und dann können wir da auch auf das, was du meinst, eben genau eingehen. Genau. Wie würdest du abschließend, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, Blue Beetle denn bewerten? Gibst du eine Empfehlung? Sagst du, bleib bloß zu Hause? Also, die Fans können ihn sich gerne angucken. Ich muss aber hier eindeutig sagen, dass eben dieses Spidey, Green Lantern-Ding wird nicht getroffen. Also es ist für mich, für die Hardcore-Fans, finde ich, wird der Kern der Comic-Figur nicht richtig dargestellt. Er wird nicht in den Fokus gesetzt. Er ist halt nicht besonders lustig oder schlagfertig. Er ist halt einfach er. Er ist nicht herausragend. Auch, dass er sich das vorstellen kann, wird auch nicht Storytelling-mäßig gut erklärt. Da komme ich im Spoiler-Bereich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ich finde den Film kurzweilig. Er ist auf jeden Fall nicht langweilig. Er sieht nicht scheiße aus. Die Story ist aber sehr schlecht erzählt. Und von daher bin ich da schon enttäuscht davon. Ja. Also erzählerisch bin ich da voll bei dir. Was heißt schlecht? Der ist einfach, der ist echt altbacken. Da bietet einem nichts Neues. Da überrascht einen auch gar nichts in diesem Film. Gibt vielleicht zwei Sachen, die wir im Spoiler-Teil. Weil als guten, also zumindest als ich, habe ich das Gefühl gehabt, dass es vernünftig aufgebaut wurde. Aber beim Rest ist es völlig random. Ich bin nach wie vor überrascht. Und die Frage, können wir vielleicht am Ende auch unsere Spoiler-Teils klären, warum dieser Film ins Kino kommen muss. Also ich weiß, der hat ein vernünftiges Budget. Ich glaube, 120 Millionen standen da zu Buche. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum der Film ins Kino kommt. Aber DC einen anderen Film, nämlich den Supergirl-Film, komplett einstampft. Bad Girl. Ist es Bad Girl oder soll das, ja stimmt, es soll Bad Girl oder soll das werden? Supergirl, ist ja Quatsch. Ich verstehe es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, und wir haben das ja auch am, nach der Presseaufführung ein bisschen besprochen, welche wirtschaftlichen Ursachen das haben kann. Ich würde fast wetten, dass Blue Beetle der nächste größere Flop im DC-EU wird und man dann mit Aquaman sich noch irgendwie über diese Zielgerade quasi schleppt, wie nach so einem Marathon. Apropos Marathon, wir wollen hier das nicht zu lang werden lassen, aber ich glaube, ich würde den im Kino skippen, wenn ich den jetzt gegen Geld sehen müsste. Da hätte ich wirklich echt gedacht, dass der für mich deutlich charmantere, deutlich schlüssiger erzähltere The Flash da ein bisschen mehr in die Kino-Seele lockt. Den könnt ihr mittlerweile, glaube ich, im Heimkino sehen und auch nochmal unsere Besprechung dazu hören. Jetzt kommen wir ins Spoiler-Territorium. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir gehen jetzt also auf, ich mache es jetzt wichtig, die Anführungsstriche, wir gehen jetzt auf wichtige Handlungsentwicklungen oder auch Figuren ein, die vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen überraschend sein können. Wer also den Film dann gesehen hat, weiß auch, was wir meinen. Wollen wir mal mit dem Elefanten im Raum anfangen? Es gibt eine Figur, die ich ultra nervig fand und das ist der Onkel von Jaime. Der gute, also auch der klischee-klassische Onkel der Hauptfigur und der Onkel Rudy. Wie ging es dir mit dieser Figur? Die Mary Rudy. Mary Sue Rudy. Wie ging es dir mit dieser Figur? Ja, also wie ich, der ist aufgetaucht, wurde eingeführt, dachte ich, okay, das ist jetzt der trashige Onkel, der mal kurz ihn abholt und dazu einen quatschigen Satz sagt, aber nein, er kriegt eine richtige Hauptrolle eigentlich fast. Und das ist so einer, die Story sagt, okay, jetzt kann der Onkel diesen Computer hacken, passiert. Die Story sagt, der Onkel kann eine Maschine bauen, die die Telekommunikationsfirmen der Gegner stört. Die Story sagt, oh, das ist ja Blue Beetle, aber in einem Moment, wo, also, sorry, da mache ich gleich den Schwenk, sie kommen dann ja in diese, in diese Untergrundhöhle von, von dem Vater von, wie hieß sie nochmal, von der, von der Jenny Court. Genau. Genau, Jenny Courts Vater war früher Blue Beetle und sie kommen dann in seine Höhle unten rein, in dieser Menschen und dann sagt eben der Onkel, blöd, dein Vater war Blue Beetle? Und da dachte ich nur, okay, du kennst Blue Beetle, aber er kennst nicht, dass dein Neffe jetzt quasi Blue Beetle ist? Das fand ich so einen krassen Logikfehler und aber auch so Sachen wie Jamie oder Jaime ist total überwältigt in diesem Menschen dann und geht weg und der Onkel sagt, ich weiß, wo er hin will. Der war doch noch nie in dieser Scheiß-Menschen. Woher weiß er denn, wo sein Neffe gerade hin will? Und sowas. Das war, oh, oh, okay, aber lass mich, wie fandst du den Onkel? Mal so, mal so, aber je länger es wurde, desto mehr, du musst natürlich komplett voll, vollkommen vergessen, dass der wirklich, wie du gesagt hast, dass der kriegt halt Fähigkeiten, die 0,0 erklärt werden. Er ist dann irgendwie, mal balanciert er so ein bisschen wie Tony Stark über die, über die Bildfläche und hat irgendwelche tollen Sachen erfunden, aber keiner erklärt einem, warum. Ich glaube, er soll ja auch der jüngere Bruder seines, seines Bruders sein, also der Vater von Jaime und die beiden haben auch irgendwie so gar keine Connection miteinander. Also das ist irgendwie, wenn du die auch siehst, die sind halt, also die machen für mich zumindest nicht den Eindruck, als seien die, in Anführungsstrichen, also als könnten die in der Realität von derselben, von selber, von denselben Eltern stammen, weil die wirklich grundverschieden sind. Ja und diese. Ja und bei der Oma, die wir ja auch kennenlernen. Ja genau. Und diese, bei der Oma-Figur muss ich sagen, die ist dann so, Figur ist dann auch ein großes Wort, die ist dann eher so komplett Stereotypin, aber hat so ein paar Dinge, die wir auch vielleicht dann erwähnen können, die dann zumindest, wenn man diesen Gaga-Modus dann irgendwann gefunden hat, da macht das schon ein bisschen Spaß. Also ich hatte mit der Großmutter die meisten schönsten Momente in diesem Film, an die ich mich vor allen Dingen auch noch erinnern kann. Denn was der Onkel macht, ist wirklich völlig beliebig und man kann an der anderen Stelle, habe ich schon wieder vergessen, was er denn alles kann. Ja, aber wie du sagst, wir haben ja diesen Familienaspekt und ich fand es auch richtig schön, dass die Familie wirklich überall dann dabei ist. Das hat es eben das Ganze nochmal getragen, auch im Bild und das fand ich richtig schön, ja. Ja, apropos Familie, es gibt dann ja schon in der ersten Begegnung mit Jaime so ein, ja, da wird sozusagen Tacheles geredet, da wird dann klar gemacht, dass die Familie pleite ist und vor allen Dingen auch, dass der Vater schon eine Herzattacke hinter sich hat und deswegen ein bisschen kürzer treten muss. Und wir sind ja am Spoiler-Teil, deswegen nehme ich es vorweg, der Vater wird dann auch tatsächlich als die Schergen von der Firma Kort das Haus stürmen, erleidet er tatsächlich eine weitere Herzattacke und verstirbt. Und da wird der Film dann auch vom Ton her sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr zumindest auf die Tränendrüse drückend. Einerseits die Frage, wie ging es dir mit diesem Bild ab zu diesem Versterben des Vaters und gleichzeitig, wie war das für dich auf der emotionalen Ebene? Den Bild ab fand ich gut. Wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, dass wir den Vater mochten. Ich fand ihn auch sehr schön dargestellt. Er ist sehr unterstützend, sehr liebevoll und da bin ich ja prinzipiell, wir haben ja auch beide Kinder, wir kennen das ja, ich finde es einfach schön, wenn das gezeigt wird und wenn du so ein liebevolles Familienverhältnis zeigst, vor allem auch von Vätern zu ihren Kindern und deswegen hat das für mich gut funktioniert auch, dass er dann später noch genutzt wird, um ihn so ein bisschen zu motivieren, den letzten Kampf wirklich zu schaffen. Das fand ich eigentlich, das fand ich ganz nett, ja. Ja, also wie gesagt, ich habe es auch gesagt, der Film versucht dann schon sehr, sehr auf die Trinendruse zu drücken und die Knöpfe zu drücken. Allein ist wahrscheinlich Tagesform, wie man als KinobesucherInnen da reingeht, ob das an dem Tag funktioniert. Bei mir hat es an dem Tag zumindest so funktioniert, dass ich, wie du auch sagst, dass diese Figur wirklich sehr, sehr sympathisch fand. Die wird übrigens verkörpert von Damien Alcázar, den könnte man aus Narcos kennen, seine Netflix-Serie. Da habe ich zumindest, also mir kam das Gesicht bekannt vor und in dem habe ich mal nachrecherchiert, deswegen. Ja, es war so ein bisschen so eine König-der-Löwen-Situation, so dass man Fasser auftaucht und seinem Sohn mal kurz den Kopf, ja, da wurde ich total dran erinnert, weil es war auch ähnlich, es war dann so ein bisschen in einem Traum und keine Ahnung, war so, erinnere dich, was ist eigentlich deine Aufgabe? So ein ganz bisschen, ja. Ja, und wie gesagt, das Foreshadowing, was dir dann an dieser Stelle gemacht wird, das wird sich dann aufwägen, also da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass der Schreiberling dann gesagt hat, so bei der Figur und bei dem Bildab mache ich jetzt mal wirklich so, wie man das kann, ich deute was an und dann lege ich schon quasi den Grundstein und die Wurzel für was Späteres und das ist dann auch so, dass man da nicht denkt, also man hätte ja auch random sagen können, so, ah, nicht so hart bei Opa, bei Vater, der hat schon eine Herzattacke gehabt, während da die Schergen kommen. Nein, das machen sie halt sehr, sehr zu Anfang und man hat schon so das Gefühl, dass je hektischer die Szenerie wird, desto mehr auch das ihn belastet und dann kommt es halt zu dieser, ja, tödlichen Herzattacke und das war wirklich ein Moment, den fand ich von der Story her endlich mal, ja, vernünftig zu Ende gebracht und so war es auch ganz, ganz nett, wie ich finde, dass so diese, dieser leichten Tonalität dann auch dieses Dramatische entgegengesetzt wird. Allein ist es halt so diffus, dass man zwei Szenen später schon wieder, ja, zum Lachen angeregt werden soll und das eigentlich dann kurzzeitig auch von der Grandma, also von dieser Großmutter, von dieser Nana oder Nana, ja auch so beiseite geschoben wird, die dann sagt, so, jetzt haben wir gerade keine Zeit zum Weinen, jetzt müssen wir erstmal, das fand ich ganz cool tatsächlich, ich mochte das, dass da diese starke Frau dann kommt und sagt, jetzt gerade müssen wir unseren Enkel, Neffen, Bruder, Sohn retten, now is not the time to cry, also wir haben ja Originalton gesehen, jetzt können wir gerade nicht weinen, jetzt müssen wir stark sein und dass dann später das auch aufgegriffen wird und gesagt wird, jetzt können wir weinen und dann weinen sie dann auch, das fand ich tatsächlich irgendwie ganz schön. Das sind echt die Momente, wo auch das Gefühl hat, dass bei der Familie das Schreiben zumindest, jetzt nehmen wir mal den Onkel raus, dass sie zumindest sich da mehr Gedanken gemacht haben, wie so eine Figur auch kohärent ist, also wie sie so durchgängig das gleiche Verhalten zeigt und irgendwie stringent erzählt ist und beim Rest haben sie es halt eher nicht und du hast es ja auch schon angedeutet, allein dieser Drehbuch-Trick, ich habe nur darauf gewartet, wer von der Familie mit denn entführt, damit entweder der Held die Motivation hat, ihn rauszuholen oder sie machen es dann hier und das fand ich ganz, ganz charmant eigentlich, dass sie es hier genau andersrum machen, dass sie also den Helden quasi aus seiner Familie reißen und dann soll die Familie, die nun keine Superkräfte hat, soll ihn dann befreien, das fand ich ganz, ganz schick gemacht, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest noch was sagen. Wollte ich, nee, ich wollte einfach ein bisschen noch die Story bashen, also dass man, man hat auch ganz klar, man hat einen Klischee-Gegner, der einfach das gleiche ist wie der Superheld, nur ein bisschen stärker und ich habe mir so viele Zitate aufgeschrieben, die ich einfach so richtig schlecht fand, also dass dann der Anzug Blue Beetle sagt in einer Sekunde, es tut mir so leid, aber ich kann dir jetzt nicht mehr helfen, und du musst es alleine schaffen und zwei Minuten später funktioniert er plötzlich wieder oder der Gegner wird viel stärker und dann sagt der Anzug irgendwann, du, der Gegner ist viel stärker geworden, ja, ach nee und was mir eben auch total negativ aufgefallen ist, als eben darauf warten, dass es so eine Green Lantern-Figur ist, dass uns erklärt wird, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass wir ein bisschen den Charakter erklärt bekommen, was sind denn die Superkräfte und nicht einfach nur, oh, ich kann jetzt ins Weltraum fliegen, wow, ich sehe jetzt die Welt von außen und jetzt stürze ich wieder runter, haha, ist ja lustig und dann erst am Ende in den letzten zehn Minuten sagt er, oh krass, ich kann mir ja alles vorstellen und es wird dann manifestiert, obwohl er das den ganzen Film schon gemacht hat. Das war so für mich ein Beispiel für, da war überhaupt keine schöne Vorstellung des Charakters und wirklich schlechtes Storytelling. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann vielleicht sogar ein großes DC-Problem, weil sie davon ausgehen, dass jeder die Vorlagen kennt und ich glaube, sie haben hier auch wieder darauf verzichtet, viel zu erklären, weil sie denken, das Fandom versteht das eh. Es gibt wenig später eine Szene, wo die Jenny erklärt, dass ihr Vater ja mal dieses Kostüm getragen hat und keine Superkräfte hatte, sondern das über technisches Know-how und technische Gimmicks geregelt hat. Und da hast du das Gefühl, okay, jetzt schmeißen sie uns ja den Brocken hin, dass es schon wie verschiedene Blue-Beatle-Ausgaben gibt oder verschiedene Verkörperungen und wir haben dann ja auch eine Szene, in der wir verschiedene Ausgaben zumindest auf der Leinwand erblicken können. Ja, das, genau. Also wir brauchen die Szene ja, um zu erklären, warum später die ganzen Gimmicks genutzt werden. Aber es war sehr, okay, hier ist es, take it, friss und stirb, so genau in die Richtung. Und mir fällt noch eins ein, was wir vorhin angedottet haben, was wir noch kurz besprechen, ist eben, dass dieser Schauspieler, der Guillermo in What We Do In The Shadows spielt, also dieser Witz, dass er Emma Sanchez genannt wird, obwohl er gar nicht so heißt, der opfert sich an einer Stelle. Aber dieses Opfer ist so unnötig. Der wird nur, der opfert sich, damit wir, wie du schon gesagt hast, damit irgendeine Gefühlsträhnendrüse gedrückt wird, die aber gleich eine Sekunde später sich völlig auflöst und keinen Sinn hatte. Ja, und vor allen Dingen ist auch die, ich stelle mir seit der Vorführung, oder habe mir die Frage gestellt, ob ich das jetzt geschickt fand, wie das so angeteast wird, wie er diesen Moment dann hat, dass er sich dann doch gegen das Böse sozusagen wendet, oder ob ich das einfach nur, ja, ich glaube, das ist wirklich auch so tagesformabhängig. An dem Tag dachte ich, okay, es ist irgendwie halbwegs, also ich finde es nicht nachvollziehbar, warum er denn auf einmal quasi den, den, äh, Turn zum Face, würde man beim Wrestling sagen, also warum er dann auf einmal sich doch gegen das Böse stellt, weil man hat nie das Gefühl, das ist ja auch beliebte Trope, der Wissenschaftler, der jetzt irgendwie struggelt, weil er sagt, so seine Erfindung oder seine Kreation oder das, was er erforscht, das führt zu Üblen oder wird, soll missbraucht werden und in dem Fall soll es ja nun missbraucht werden, also der Plan von der Victoria ist ja, dass es so eine, ja, Iron Legion artige, dass man so irgendwie eine Armee damit bauen kann, da wird es dann auch, finde ich, eine ganze Spur zu groß für diesen Film, der einfach vorher relativ klein von der Bedrohung her bleibt und ist dieser, dieser in Anführungszeichen Sanchez, der wird halt nie klar gemacht, oh, das wollte ich aber nie und irgendwie, der kriegt halt auch kein Fleisch, der hat dann einen Moment, wo er dann einmal schreien darf und seinen richtigen Namen brüllen darf, dann darf er einmal helfen und dann war es das auch. Ich glaube, es gibt Tage, da würde ich sagen, ey, das war irgendwie geschickt gemacht, so in der Nachbetracht muss ich sagen, dass mir das einfach zu wenig des Klassischen war, also da hätte ich noch ein bisschen mehr gebraucht, dass der so zweifelt und dass der, dass mir jetzt klar wird, warum er da sich jetzt gegen die, gegen die Bösewichtin stellt. Ah ja, das habe ich auch einfach hingenommen, mich stört aber dieses, ja, hier, renne, ich halte sie auf und der, den du dann, für den du dich opferst, der bleibt einfach stehen, das regt mich immer, das finde ich, was soll das? Ja, das ist dann wirklich ein bisschen beliebig, das stimmt. Habe ich schon noch, ich habe in diesem Podcast, glaube ich, noch nie so oft das Wort beliebig gesagt wie heute und das zeigt dann auch, warum dieser Film irgendwie so, der ist weder Fisch noch Fleisch, finde ich. Genau, da können wir gleich springen, warum ist er denn ins Kino gekommen? Also kann man nicht einfach sagen, der Film ist ins Kino gekommen, weil sie das Geld dafür jetzt halt schon rausgeschmissen haben und gesagt haben, ja gut, bringen wir ihn halt raus. Spricht ein bisschen dagegen, dass sie halt Bad Girl, obwohl fast fertig oder schon fertig, einfach gesagt hat, sagen wir nicht. Ich würde noch auf eine Entwicklung eingehen, was den Henchman angeht, also auf diesen Conrad, denn dann ja wirklich so, ich fand wirklich, es hatte so der Endkampf Iron Man 1, wo Jeff Bridges gegen Robert Downey Jr. kämpft, das erleben wir dann hier im Showdown und das ist alles irgendwie ganz nett, das sieht alles okay aus, die Effekte fand ich auch okay und dann kriegt er so im letzten Moment seines Charakter-Arcs, seines Figurenbogens, bekommt er dann so noch so ein, wie ich finde, sehr, sehr AA-liken, so eine Vertiefung und so eine Tragik rein und da hätte ich nur gedacht, ey, das ist echt ganz gut gemacht visuell, wie er mir so auch erklärt, warum der jetzt quasi seine Erinnerung... Du darfst ja spoilern, wenn du möchtest. Ich darf total spoilern, also er hat vorher anscheinend keine Erinnerung an dieses Trauma, was er mit sich trägt, man sieht immer nur so ein Amulett mit einem Foto, was er mit sich trägt und dann wird in der, fast in seiner letzten Szene wird dann erklärt, warum er das Amulett trägt und was er so für einen Background hat und da dachte ich halt wirklich, das ist eine super Szene, aber mach die doch früher, also mach doch, gebt doch diesem Händchen mir noch mehr Fleisch am Anfang, dann weiß ich doch, was ich da vor mir habe. Dieses wirklich lahme, ach so, guck mal, jetzt am Ende zeige ich nochmal, warum der jetzt zum Beispiel gegen die Bösewichtin da turnt, das ist dann so, dass ich denke, ja komm, also jetzt habt ihr wirklich irgendwie zu viele Filme gesehen, in diesem Moment dieser Epiphany oder dieser Erleuchtung da irgendwie mir zeigen wollt. Da hab ich sehr, sehr, ich fand das von der Art und Weise her, wie es gemacht wurde, gut, ich fand den Zeitpunkt halt wirklich Quatsch. Fand ich okay. Ob es überhaupt notwendig war, da er diesen Twist, diese Backstory hatte, kann man hinterfragen. Fand ich auch okay. ich fand den ganzen Charakter, wie gesagt, ich fand ihn optisch, war er nicht ganz für mich toll und ich mag es halt einfach nicht, einfach das Gleiche wie den Superhelden als Bösewicht. Aber so ist es, wenn es so in der Comicvorlage ist, nehme ich das auch gerne einfach hin. Und da wolltest du noch sagen, du mochtest ja dann die Verwandlung, wie er sich dann in seiner zweiten, in seiner, ich habe jetzt die Kraft des Blue Beetle auch in mir aufgenommen, wie er dann sein neues Feature bekommt sozusagen. Ja, das fand ich schon auch ähnlich wie die erste Verwandlung zu Blue Beetle. Fand ich das so zumindest, dass sie das nicht irgendwie wegschneiden, sondern dass sie es wirklich ausführlich zeigen. Das mochte ich sehr gerne. Da hatte ich schon positivere Gefühle. Ja, und die Designs von den beiden fand ich auch interessant. Also Blue Beetle so organisch ein bisschen und der Gegner eben so ein bisschen Maschinen eher. Das war auch als Kontrast ganz nett. Ja. Nach wie vor ist es halt wirklich so, im Nachhinein wird dann klar, warum die Victoria und dieser Conrad zusammenarbeiten. Aber vorher denkt man sich teilweise, warum, was haben die jetzt für eine Verbindung miteinander? Aber es wird halt nie so mysteriös, so im Unklaren gelassen. Man hat immer das Gefühl, das wollen die einfach nicht erzählen, weil ihnen das irgendwie, da haben sie gerade keine Lust zu. Oder das Drehbuch hat das halt gerade nicht vorgesehen. Fand ich okay, fand ich okay. Doch, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Fand ich okay. Ja, okay. Ja. Dann sind wir doch immer, das ist doch schön, dann sind wir am Ende so, wie so Justizia, die Waage gleicht sich dann immer wieder aus. Und so haben wir dann einfach einen mittelmäßigen Film vor uns gehabt, der, ja, warum kommt der ins Kino? Es ist wirklich, also 120 Millionen Budget, dann nehmen wir noch Werbebudget dazu. Da sind wir also schon bei 240 Millionen, die das gute Stück kostet. Und ich wage die Prognose, dass er dieses Geld nicht einspielen wird. Und deswegen, es war ja auch von Anfang an eigentlich eine HBO Max Produktion, die also auf dem hauseigenen Streamingdienst erscheinen sollte. Und ich frage mich wirklich, also anders, ich nehme es mal vorweg, für mich rechtfertigt der Film weder inhaltlich noch optisch, warum man den jetzt im Kino sehen müsste. Der sieht, also der ist vernünftig fotografiert. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut im Zuge der Vorbereitung. Das ist wirklich der Kameramann, der unter anderem bei Midsommar die Cinematografie gemacht hat. Das ist dieser Pavel Pogacelski. Also der ist schon, der hat schon ein Household Name. Der hat die beiden Ari Aster Filme gemacht. Ja, das Ari Asters Go-To-Kamera-Name. So ist es, genau. Also Boris Afraid, wer ihn schon gesehen hat und wer auch die Besprechung von den dreien schon gehört hat, die man unbedingt hören sollte bei uns beim Tele-Stammtisch im Podcatcher. Und ich finde auch, das ist zum Beispiel ein Film, da kann man lange drüber sprechen. Hier wollen wir es vielleicht nicht so machen. Der hat auch Nobody da die D.P. gemacht. Also das sind Filme, die wirklich gut aussehen. Und der Film sieht ja auch nicht, wie wir gesagt haben, scheiße aus. Aber trotzdem denke ich mir ganz so, woran erinnere ich mich jetzt visuell? Das sind halt die zwei Transformationsszenen und das war es dann auch. Und deswegen, du hattest vermutet, warum der Film ins Kino kommt. Also warum die zumindest sich noch wirtschaftlich was davon erhofft. Ich glaube, es gab ja vor ein paar Jahren, meine ich so ein, oh wie hieß der noch, das war so ein Goldiehorn. Es ist der Film, wo sich Goldiehorn und Kurt Russell kennengelernt haben. Irgendwie ein Goldfisch an der Leine. Also so eine Fish out of Water Story, glaube ich, war das. Und davon haben sie nochmal eine mexikanische oder lateinamerikanische Version gemacht. Und hier hast du irgendwie das Gefühl, ja wir nehmen jetzt halt, wie du es schon sagtest, wir nehmen jetzt Spidey Green Lantern und machen das auf mexikanisch. Ist halt ein bisschen doof, wenn es mit Miles Morales in Across the Spider-Verse schon einen lateinamerikanischen Helden gibt, der trotz einer sehr, sehr großen Hast irgendwie doch in den Charaktermomenten eine viel, viel größere Connection zum Publikum aufgebaut hat. Zumindest zu uns beiden. Das Thema Familie, genau. Der hat es, obwohl die Szenen viel weniger sind, wird da das Thema sympathischer und tiefgründiger irgendwie dargestellt. Obwohl es jetzt bei Blue Beetle, wie gesagt, das Familienthema ist, ganz nett in dem Film. Ja und es ist auch deutlich organischer hergestellt und vielleicht liegt es auch daran, dass eine biologische Familie dahinter steckt. Das kann natürlich auch jetzt ganz, ganz konservativ klingen, aber das ist halt schon, das toucht einen schon mehr als Vin Diesels Family-Gebrabbel, das muss man sagen. Ich habe ja auch scherzhaft nach der Vorstellung gesagt, Vin Diesel fragt jetzt schon bei Cars-Mitgliedern, ob die für Fast 12 und 11, ob sie Zeit hätten, damit er noch die Familie erweitern kann. Die Jenny wird doch zum Beispiel eine super Cousine noch machen, oder nicht? Ich habe das schon gesagt, wenn der Film im Streaming erscheinen würde, so wie der vor kurzem bei Netflix erschienene Heart of Stone, würde auch keine Hände danach krähen und auch keine Haaren danach krähen. Nun habt ihr die Möglichkeit, diesen Film in wenigen Tagen, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, während ihr diesen Podcast hört oder ihr werdet ihn euch noch im Kino anschauen. Wie gesagt, er läuft ab dem 17. August und ja, ich würde prognostizieren, dass der das nächste kleine DC-Flöppchen wird. Schlager, hast du noch was, was du am Ende, was du noch auf dem Zettel hast, was wir noch nicht erwähnt haben, was du noch unbedingt loswerden musst? Ich habe hier so zwei Funfacts zu Blue Beetle, die kann ich aber einfach am Ende, als wir jetzt einen schönen Abgang haben, werde ich als letzte Worte des Podcasts einfach nennen. Ja, schöne Abgänge kann ich sonst nicht, deswegen ist das doch super, wenn du die Funfacts jetzt einfach raushaust. Erzähl. Ja, okay, also es ist, was ich lustig fand, dass der Anzug, also der Blue Beetle, der hat ja auch eine eigene Charakteristik, also es ist ja nicht nur ein Anzug wie bei Iron Man, es ist ja ein Lebewesen und zwar, wenn Jaime den trägt, muss er nicht aufs Klo, weil das wird einfach verwertet, das ist Funfact 1 und Funfact 2, dass er Papier herstellen kann aus den toten Hautzellen, die von ihm abfallen. Sehr praktisch, oder? Ja, das klingt beides total gut. Ich frage mich, wo du diese Funfacts her hast. Das wäre viel lustiger gewesen, es im Film zu zeigen, sowas. Man hätte so viel das im Charakter machen können, aber nun ja. Ja, man hat wirklich das Gefühl, dass an der einen oder anderen Stelle so dieses, ach komm, wir machen das jetzt nicht so, also richtig so, wie nennt man das so, Innovation, so eine Imaginationskraft ist irgendwie nicht so drin, also das ist halt schon so, ist halt 0815, wie ich finde. Ich weiß auch nicht, man hängt ja auch, also man muss das vielleicht mal den HörerInnen erklären, man muss ja nach so einer PV, nach so einer Pressevorführung immer noch so einen Satz oder so einen, wie man den fand, so einer Pressevertreterin oder einer PR-Dame oder einem PR-Herren in seinen Blog schreiben lassen und ich stand da wirklich und dachte, was soll ich denn sagen? Also ich fand den Film halt so, so durchschnittlich und so unnötig, dass ich wirklich da nicht sagen konnte. Ich habe genau das gesagt, ich habe gesagt, der Film ist zerfasert, die Rolle Blue Beetle ist nicht getroffen und das Familienthema hat mir gefallen. Das waren die drei Hauptpunkte. Jo. Jetzt wissen auch unsere HörerInnen, warum ich die Schlogger mir hier einladen musste, denn sonst hätte dieser Podcast von vorne bis hinten überhaupt nicht funktioniert. Okay und da du keinen Abgang finden möchtest, sollen wir das hier jetzt einfach einen Schlusspunkt setzen und du sagst jetzt Tschüss? Ja, ich weiß nicht, sollen wir noch kurz über die Post-Credit-Szene reden? Denn ja, es gibt... Post-Credit-Szene? Oh Gott, schon vergessen. Hat keinen Sinn. Es sind frei. Belanglos. Lieb ich. Also vielleicht für euch als diejenigen, die im Kino sitzen, ja, es gibt eine Post-Credit-Szene. Was die jetzt genau soll und ob wir darauf eingehen sollen, ich glaube, wir können es uns schenken, weil man da wirklich sitzt und denkt, aha. Es ist irgendwie in diesem Kinosommer, es gibt so die eine Seite, da sagt man, ich sag jetzt mal ein bisschen Impossible, Dead Reckoning Part 1 und Across the Spider-Verse, da mekelt man, ja, also mein Lieblingssatz ist, da hätte man noch mit 30 Minuten mehr, hätte man den Film ja auch zu Ende erzählen können. Dann denke ich so, woher wisst ihr das denn? Ihr habt doch das Drehbuch von einem zweiten Film gar nicht gelesen. Bei Spider-Verse? Bei Spider-Verse... Ach nee, Mission Impossible ist ja auch, Ja, wir sind ja wieder bei den Cliffhanger-Teilen und bei den zweigeteilten Filmen, ähnlich wie auch Dune vor anderthalb Sommern oder im Spätsommer damals und das finde ich so geil, dass die Leute dann sagen, ja, das hätte man auch mit einer Viertelstunde mehr noch zu Ende erzählen können und man denkt, also ich sitze da und denke, ja, das weißt du doch gar nicht, du weißt doch noch gar nicht, was noch passiert und dann haben wir die zweite Kategorie, Transformers Teil 6 und jetzt auch der hier, der dann wirklich davon ausgeht, dass Leute wirklich davon einen zweiten Teil sehen wollen und man denkt so, nee, irgendwie gar nicht und deswegen sind diese Post-Credit-Szenen einfach, ich sag's jetzt nicht nochmal, das Wort, die sind unnötig, das sag ich jetzt an dieser Stelle. So, jetzt haben wir unser Comic-Publikum, unser Comic-Affines-Publikum, Grüße an Chef Anja, an dieser Stelle auch vergrault. Wenn ihr uns mögt, findet ihr uns überall, ich hab jetzt diese Formulierung geklaut, wo es Likes gibt, gebt uns immer gerne fünf Stelle Bewertung, weil wir es verdient haben. Die Schlogger könnt ihr im Internet finden, die macht ganz, ganz tolle Sachen. Willst du nochmal erzählen, was du da so machst? Ah, ja, ich zeichne Comics, oh Wunder, ja, ich zeichne Comics zum Beispiel zur Kommunikation, zur Trennung, hab aber auch Star-Wars-Cartoon-Bücher gemacht, die heißen Spars, Spars Wars 2 und 3 und sind lizenziert von damals LucasArts, also cool stuff und das könnt ihr auf schlogger.de oder in meinem schloggershop.de finden. Danke, dass ich Werbung machen durfte. Ja, das sagst du immer, denn alles ist besser, was du gemacht hast, als daraus Episode 9. Okay, neues Thema. So, jetzt haben wir noch die zweite Fangruppe vergrault. Ich sage an dieser Stelle am besten gar nichts mehr, außer wie gesagt, liebt uns, liked uns, abonniert uns, gebt uns Feedback und dir gebührt das letzte Wortschlogger. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Danke dir auch und ich freue mich schon auf die nächste Comic-Verfilmungsbesprechung. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.